Als Enzyklika werden belehrende oder ermahnende Rundschreiben der römisch-deutschen Kaiser oder der Päpste an ihre Untertanen und Getreuen bezeichnet. Kaiserliche Enzykliken waren in der Regel Krönungsberichte. Päpstliche Enzykliken sind bis heute eine wichtige Verlautbarungsform des kirchlichen Lehreamtes der römisch-katholischen Kirche. Sie werden gewöhnlich nach den ersten Worten des lateinischen Textes benannt. Päpstliche Enzykliken Die päpstliche Enzyklika ist als Rundschreiben an die Bischöfe des Erdkreises charakterisiert und wendet sich an die ganze Kirche. Manche Enzykliken, beginnend mit der Friedensenzyklika Papst Johannes XXIII. Von 1963 Pazim Interis sind nicht nur an die Gläubigen, sondern an alle Menschen, die guten Willens sind, gerichtet. Gebräuchlich sind Enzykliken in der lateinischen Kirche seit Papst Benedikt XIV. Der die moderne Form dieser Briefgattung als Lehrschreiben 1740 mit der Enzyklika UBI Primum etabliert hat. Bekannt ist auch seine Enzyklika Vix Pervenet, in der er massiv gegen Zins- und Wucherstellung bezieht. Papst Leo XII. verurteilte 1824 in seiner ebenfalls mit UBI Primum beginnenden Enzyklika den religiösen Indifferentismus Pius VIII. Wehrte sich in seinem kurzen Pontifikat mit Tradizium Militatie Nostre gegen angebliche Geheimgesellschaften, insbesondere die Freimaurer, die er als Gefahr für den Kirchenstaat ansah. Die intransigente Richtung setzte Gregor XVI fort, der mit Mirari VOS 1832 den Indifferentismus und Rationalismus verurteilte und 1834 den Liberalismus verwarf. Wenn auch zunächst in defensiver Haltung, so beginnt unter Gregor XVI doch das Ringen der katholischen Kirche um die angemessene Distanz von der Staatspolitik. Zunächst noch restaurativ als Abwehr gegen jedweden politischen Naturalismus formuliert. Seit Gregor XVI. haben die Päpste regelmäßig Enzykliken herausgegeben. Ihren bis heute anhaltenden Aufschwung nahm die päpstliche Lehrtätigkeit dann mit Pius IX. Seit Demi, Vatikanum von 1870, Leo XIII. verfasste insgesamt über 80 Pius XI. Genau 30 Pius XII. 41 Enzykliken Seit Paul VI. werden päpstliche Lehrschreiben häufiger als zuvor auch in weniger feierlicher Form abgefasst. Die noch kürzere Form des päpstlichen Briefes, das Präve, ist für Lehraussagen allerdings ungebräuchlich. Enzykliken können grundsätzlichen Themen der Glaubensverkündigung gewidmet sein oder auch spezielle pastorale Fragen aufgreifen. Ihnen kommt typischerweise eine disziplinäre Lehrautorität zu, ohne dass sie die päpstliche Unfehlbarkeit in Anspruch nehmen. Daraus ergibt sich, dass sie Lehrmeinungen der Päpste wiedergeben, die im geschichtlichen Kontext der jeweiligen religiösen und gesellschaftlichen Situation zu verstehen sind. Päpstliche Enzykliken werden mit dem sogenannten Inzipit zitiert, den ersten zwei oder drei Anfangsworten des ersten Satzes. Beispielhaft sei die Enzyklika, mit brennender Sorge, genannt, die Papst Pius XI., angesichts der Situation im Deutschen Reich am 14. März 1937 herausgab und die sich gegen die nationalsozialistische Ideologie richtete. Im Übrigen erschien am 19. März desselben Jahres eine Enzyklika, die den Kommunismus verurteilte und wenig später eine Enzyklika zur Lage in Mexiko. Drei Enzykliken innerhalb zwei Wochen blieb Rekord in der gesamten Geschichte des Papsttums. Ihre Veröffentlichung erfolgt auf Latein im Amtsblatt des HL. Stuhles. Häufig ist zugleich auch eine amtliche Übersetzung in anderer Sprache beigegeben. Siehe auch. Besondere Enzykliken Mit der ersten Enzyklika des seligen Papstes Pius IX., die ähnlich wie eine Thronrede oder Regierungserklärung programmatische Aussagen über die Ziele und Vorhaben des Beginnenden Pontifikats enthielt, wurde ein neuer Typ-Enzyklika begründet. Seitdem nennt man die erste Enzyklika eines Papstes nach seinem Amtsantritt Antrittsenzyklika. So veröffentlichte Papst Johannes Paul II. zum Beginn seines päpstlichen Amtes 1979 die Enzyklika Redemptor Homenis, in der er sein theologisches Programm der Rückbesinnung auf Christus als Zentrum des Glaubens darlegte und Papst Benedikt XVI. überschrieb seine im Januar 2006 veröffentlichte Antrittsenzyklika Deus Caritas EST. Einen ungewöhnlichen Sonderfall stellt die erste Enzyklika von Papst Franziskus dar, die unter dem Titel Lumen Fidei am 29. Juni 2013 veröffentlicht wurde. Sie basierte auf einem Entwurf von seinem Vorgänger Papst Benedikt XVI. Als marianische Enzyklika werden Enzykliken bezeichnet, die schwerpunktmäßig der Marienverehrung gewidmet sind. Die Erneuerung der Marienverehrung wurde besonders durch Papst Pius IX. angestoßen, der am 8. Dezember 1854 mit der päpstlichen Bulle in der Fabelis Deus das Dogma über die unbefleckte Empfängnis verkündete. Auf den Höhepunkt gelangte die Marienverehrung mit dem am 1. November 1950 durch Papst Pius XII. verkündeten Dogma über die Aufnahme Mariens in den Himmel. Von den Päpsten des 20. Jahrhunderts, die sich als eifrige Marienverehrer erwiesen, stammen eine Reihe von Enzykliken zu marianischen Themen. Zuletzt Redemptoris Materia von Johannes Paul II. Im kirchlichen Sprachgebrauch umfasst der Begriff Mission nicht allein die Weltmission im Sinne der Missionierung nichtgläubiger in fernen Ländern, Komma, sondern die Evangelisierung als Ganzes. Was auch die etwa in Form der Volksmission betriebene Verkündigungs- und Evangelisierungsarbeit unter getauften Christen einschließt. Beginnend mit der ersten bekannten Missions-Enzyklika St. Dadeus Jivitaus von Papst Leo XIII. haben die Päpste im vergangenen Jahrhundert diverse Lehrschreiben zum Thema Mission und Evangelisierung veröffentlicht. Sie alle befassen sich mit dem Missionsauftrag der Kirche und dem christlichen Verständnis der Missionsarbeit. Mit dem Konzil Dekret et Gentis hat auch das II. Vatikanische Konzil eine eigene Verordnung über die Missions-Tätigkeit der Kirche verabschiedet. Das apostolische Schreiben Evangelii Nunziandi von Papst Paul VI. gilt als Magna Carta der missionarischen Tätigkeit der Kirche und wird deshalb oft mit unter den Begriff Missions-Enzykliken gerechnet. Die Praxis, im Monat Oktober den Rosenkranz zu beten, entwickelte sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Der für seine Marienfrömmigkeit bekannte Papst Leo XIII. förderte die Verehrung der Gottesmutter, indem er die Gläubigen zum ständigen Gebrauch des Rosenkranzes anregte und alleine sieben Enzykliken zum Thema des Rosenkranzgebetes verfasste. Darunter Supremi Apostolatus Officius Superiore Anno, Magne Dei Matris, Letiziere Sanctee und Jukunda Semper Expectation. Diese von Leo XIII. und seinen Nachfolgern veröffentlichten Lehrschreiben, darunter in neuerer Zeit in Gravis Centibus Malis von Papst Pius XI., Maria Lys Rosarii von Papst Johannes XIII. und Christi Matri Rosarii von Papst Paul VI. werden oft unter dem Begriff Rosenkranz-Enzykliken zusammengefasst. Zuletzt erschien 2002 Dekasekunden Apostolische Schreiben Rosarium Virginis Mariae von Papst Johannes Paul II. Die gesellschaftlichen Umbrüche der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Anlass für die römisch-katholische Kirche und ihre Päpste, zu den drängenden sozialen Problemen und Fragen ihrer Zeit Stellung zu nehmen, wobei es ihnen besonders darum ging, das christliche Menschenbild und die soziale Verantwortung des Einzelnen im Kontext der durch die Industrialisierung bedingten sozialen Veränderungen zu unterstreichen. Die Lehrschriften der Päpste zu diesen Themen spielten eine gewichtige Rolle für die Entwicklung der katholischen Soziallehre. Zu nennen sind hier insbesondere die Enzyklika Rerum Novarum von Papst Leo XIII. und deren zu runden Jahrestagen herausgegebenen Folge Enzykliken Quadragesimo anno von Papst Pius XI., Materiae Magistra von Papst Johannes XIII. und Laborem Exasens sowie Centesimus annus von Papst Johannes Paul II. Darüber hinaus werden zu den Sozialenzykliken auch Pacem Interis, die die Bedeutung der Menschenrechte unterstreicht, sowie Populorum Progressio, Solicitudo Reis Oschelis und Caritas in Veritate gezählt. Nicht alle diese Enzykliken hatten einen ausgesprochenen sozialpolitischen Charakter, weshalb sich eine Einteilung in große und kleine Sozialenzykliken etabliert hat. Darüber hinaus gibt es auch wichtige apostolische Schreiben, die inhaltlich und wirkungsgeschichtlich eine den Sozialenzykliken vergleichbare Bedeutung besitzen von Papst Paul VI. und die deshalb zumeist mit unter diesen Begriff gerechnet werden. Mit Laudato si vom 24. Mai 2015 veröffentlichte Papst Franziskus am 18. Juni 2015 eine Enzyklika, welche gänzlich unter seiner Feder erarbeitet wurde. Erstmals ist damit das Thema Umwelt in einer Enzyklika zentral. Franziskus verfolgt darin einen ganzheitlichen Ansatz der Ökologie. Diesem Rundschreiben wird das Potenzial eines enormen Impulses für die ökologische Bewegung in der Kirche zugeschrieben. Siehe auch! Liste der päpstlichen Enzykliken Liste der ökologische Bewegung in der Kirche zugeschrieben.